vom station und dann zum sie sind ja alle irgendwie nicht so weit weg nicht so nah dran wo steht auch schon leider ja das sei das oben einer ich lass mal regnen neben dem leuchtturm also der hat schon mal keine panzerplatte mehr und einer geht in den leuchtturm rennen ja genau dem habe ich die panzerplatte schon verbogen ja das triggert noch ein leuchtturm rein oder was ja rein und ist beide drin ich könnte ja noch mal regeln lassen da oben darf der sascha nicht so schnell nach vorne ja dann lass regnen ich bin nämlich schon da regnet es gleich ich hoffe das kommt doch so an hinter mir hinter mir hinter mir hinter dir ja ja da wurde markiert ist ganz wilder mit der m 249 ganz wilder ich geh hoch einer weniger zweiter tod hier im ja hat mir ein sigi mitgebracht und svu hier ist noch eine adr 1 meine ich ja ich sehe ihn da oben ja ich auch da hinten liegt da einmal konnte ich ihm die panzerplatte verliegen aber das war es dann auch da kommt bei der rechts andere ja 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 ich habe gesehen wo denn wir in 249 ist echt ein laser oder noch einer ein habe ich den habe ich mit der svu wo ist der nächste weiß es nicht und ich könnte pingen könnte auch pingen ich sehe nämlich gar nichts pingel pingel mal das war genau da auf der 1 dann looted der bestimmt gleich mein kadaver das darf nicht sein der soll die finger weg lassen von meinem kadaver ist mein ping da? ne mein dauer ping weil ich mein kadaver finden wollte ja oh der hat mir ein ping da gelassen jetzt habe ich ich ping ja? ja ping mal er ist abgehauen er ist hier hinten dabei hatte sein buddy zwei pings und zwei granaten mit mein gut so heiß die nummer hier vorne wo ist er denn? auf der 2? mhm also ich habe jetzt vier pings naja zwei meiner opfer haben wir jetzt ist er hier auf der 2 jetzt ist er gleich beim eingang und ausgang ja gut und die anderen sind am störturm ok panzerplatte verbogen da oben naja ich kann es leider nicht wegnehmen weil ab ja und hat man auch noch mit dem mitgebracht das finde ich sehr schön stört schon sagt es ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ja und fast in sichtbarer reich ich sollte das mal heilen ja das vergisst du voll oft ich weiß aber wenn da einer ist ist da noch ein zweiter weil das waren ja alles duos und wenn nicht schon einer noch von dem gestorben ist ja auf jeden fall ja ok der nächste der ist jetzt hier hat er auch schon über den berg geguckt auf 3 ist er jetzt schade verdammt wer hatte noch eine panzerplatte wo ist er? noch sehe ich ihn nicht hinter dem felsen direkt auf dem orden jetzt bei dir christian da hat er mich erschossen zur not ich habe noch 3 pinks kontaktbomben oder was ist das? da kommt eine bombe ja das war glaube ich André da hinten rennt er da hinten rennt er ja ah ne gibt es auch nicht naja m249 ja trotzdem soll das denn hier ja nicht ja trotzdem m249 war der letzte rpk ist jetzt auch nicht schlecht ja mehr schaden mehr feuerrate ich muss leider schluss machen ich muss leider schluss machen ich denke ich werde jetzt auch noch ein zwei runden und dann aber gut 1,74 aber gut hm naja sollen wir morgen wieder los 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 Untertitelung des ZDF, 2020